So, diesmal gezeigt ein tolles Feature von C-Sharp, das nennt sich Tupel. Wer es mal gemacht hat, lernt es lieben, aber da gibt es ganz viele, ganz schräge, ganz spannende Sachen, was man mit Tupels alles machen kann. Und was das alles ist, von der Konstruktion über Dekonstruktion, über Klassen, über Wertzuweisungen, über das einfachste Swap der Welt und über das Mehrfachrückgaben von Werten einer Funktion und noch viel, viel mehr. All das könnt ihr mit Tupel machen. In diesem Video erfahrt ihr was, wie, wann, wo. Genau, funktioniert. Das einfachste Element mit Tupels, das man sich so vorstellen kann, ist folgendes. Wie definieren wir eigentlich ein Tupel? Ein Tupel geht eigentlich so, dass wir sagen, okay, wir haben Tupel und jetzt in Spitzenklammern, welche Typen hätten wir gern? Ich hätte gerne einen Int und einen String und dieses Tupel heißt, keine Ahnung, my student, und da kann ich sagen, ist newTupel mit dem Wert, keine Ahnung, Nummer 12 und der heißt Max. Jetzt kann ich sagen, my student.item1, das wäre der erste Typ, der Int, und item2, das wäre der zweite Typ, der String. Okay, so hat es immer funktioniert, das ist langweilig, das können wir vergessen, das geht doch besser. Und C-Sharp hat uns das auch besser gemacht und besser ermöglicht. Und jetzt geht es nicht um diesen alten Quack, den ihr hier gesehen habt, sondern um das coole neue Zeug. Aber ehrlich gesagt, ganz so neu ist es ja nicht mehr, aber doch noch relativ neu. Gut, und zwar können wir jetzt sogenannte Nehntuples machen. Das heißt, wir können, item1, item2 ist natürlich doof, ja. Wir haben gesagt student und dann item1 und da muss ich wissen, das ist die Nummer, die Artikelnummer oder was auch immer. und dann item2 soll der Name sein, also ähnlich, das ist ja doof. Besser ist, wenn wir sagen können, okay, ich hätte gerne eine IntNumber und dann hätte ich gerne einen StringName. Und dann sage ich, das ist my student, ist gleich, ja, 12 oder studentnummer 42 mit dem Namen Max. Und jetzt habe ich wieder die Variante, dass ich sagen kann, my student. Und jetzt kann ich aber sagen, okay, ich hätte von diesem Studenten den Namen oder eben die Nummer. Ja, also name und number. Das heißt, was wir hier eigentlich gemacht haben, ist, wir haben, ja, wer C Sharp kennt, erst kommt der Datentyp, dann der Name der Variable ist gleich und dann die Wertzuweisung. Und in dem Tuple machen jetzt folgendes, unter runden Klammern kann man mehrere Datentypen, mehrere, ja, Datentypen angeben, nämlich einen Int und einen String in diesem Fall oder auch 2, 3, 4, 5, egal was ihr gerne hättet, egal welche Typen, alles okay. Hauptsache ihr klammert diese und jetzt wird das in den Klammern sozusagen ein gemeinsamer Datentyp und das ist die Variable. Und dieser Datentyp, der besteht jetzt aus einem Integer und einem String, aus einer Number und einem Name. Wenn ich dem jetzt die Werte zuweise, brauche ich ebenfalls die runden Klammern und sage, okay, der erste Wert kommt in die Number rein, der zweite Wert kommt in den Name rein. Ja, und damit my student.number kann ich darauf zugreifen, beziehungsweise Punktnehmen kann ich genauso darauf zugreifen, ja. Jetzt kann ich sagen, okay, ConsulWriteLine, Dollar, kann ich sagen, okay, my student.number hat denn oder heißt, ja, und jetzt my student.name. Das heißt, was ich jetzt eigentlich machen kann, ist, dass ich mehrere unterschiedliche Datentypen, wenn man so will, zusammenfassen kann. Und das, was wir in den runden Klammern haben, könnt ihr betrachten wie einen normalen, primitiven Datentyp. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr wollt, von dem ein Array machen. Und dann habt ihr ein Array von Number und Names, sozusagen. Jedes Element besteht dann aus so einem Number und einem Name. Okay, und wie gesagt, auch bei der Wertzuweisung, beide Sachen angeben. Ja, was bringt das jetzt alles und was bringt das für Vorteile und Konsequenzen? Sehen wir uns hier. Und zwar, was wir hier machen, ist eigentlich folgendes. Dieses Ding wird eigentlich vom Compiler-Video übersetzt in ein entsprechendes Tupel. Das heißt, in diesen da hier. Also wieder ein Tupel von Int und String. Ah, das hätten wir wieder so. Und er weiß, okay, Number in Int und String, das ist der zweite, das wäre der Name. Und Item 1 kann ich jetzt unter Number und Item 2 unter Name aufrufen. Also der Compiler macht aus diesen schönen wieder das etwas hässlichere. Aber wir haben jetzt einen eigenen Datentyp definiert. Einen eigenen Datentyp, der aus diesen zwei Werten besteht. So, was können wir mit dem alles anstellen? Also einerseits können wir anstellen Folgendes. Wir können eine Funktion basteln, die einen Tupel zurückgibt. Wir können zum Beispiel eine Funktion basteln. Ja, ihr wisst ja alle, ich kann eigentlich immer nur einen Wert zurückgeben in eine Funktion und nicht zwei Werte. Ja, das lernt man so grundsätzlicherweise. Und wenn wir jetzt mehrere Werte gleichzeitig zurückgeben wollten, dann müssen wir immer etwas mit Out-Parameter machen. Ja, mit Tupel können wir jetzt plötzlich zwei Werte zurückgeben. Zum Beispiel, wir können sagen DoubleResult und BullPossible können eine Funktion machen, die heißt Divide. Ja, und die bekommt einen DoubleDividend und Divisor. DoubleDividend, NumberOne und NumberTwo. Ja, keine besonders guten Namen, aber okay. So, darum geht es jetzt nicht. Also, zwei Variablen. Wir wollen die dividieren, aber nur dann, wenn Nummer zwei nicht Null ist. Ja, denn dann wäre es einfach nicht möglich. Ja, wir können sagen, okay, if NumberTwo equals null, also wenn die gleich Null sind, dann sage ich Return. Und jetzt gebe ich sozusagen diese Funktion als Result zurück. Ja, das wäre Null für ungültig oder so. Wobei Null wäre ja auch ein gültiger Wert. Und jetzt ist wichtig, Possible wollen wir voraus zurückgeben. Ja, wir geben sozusagen dieses Ergebnis zurück. Einmal einen Double, einmal einen Bull. Ja, wenn das nicht der Fall ist, dass das entsprechend Null ist, dann geben wir zurück Return NumberOne durch NumberTwo. Ja, wieder in Klammern, ganz wichtig. Und wir geben zurück True, die Division war möglich und das ist sozusagen der gültige Wert. Wir können dadurch zwei Werte zurückgeben und nicht nur einen. Eine Funktion kann immer nur einen Wert zurückgeben. Mit den NameTuples können wir auch zwei Werte zurückgeben, in denen dieser Wert in einen eigenen Datentyp wieder zusammengefasst wird. Und dieser eigene Datentyp besteht eben aus diesen beiden Sachen. So, was kann ich jetzt natürlich damit machen? Ich kann sagen, okay, varResult ist gleich Divide. Ja, dividiere bitte 3,5 durch Null. Ja, und jetzt kann ich sagen, Result.Possible und das wird mir in diesem Fall natürlich False liefern, weil wir durch Null nicht dividieren können. Ich kann aber auch Result.Result zugreifen. Nennen wir das FuncResult, das Ergebnis der Funktion, die Variable FuncResult. Damit das hier keine Verwechslungen gibt, Punkt Result, das wäre jetzt dieses Result, den Namen, den wir hier vergeben haben. Den Namen, den wir hier vergeben haben, der kommt hier rein. Also der, auf den kann ich jetzt zugreifen und den werde ich dann auch auslösen können. Das heißt, ich kann zurückgeben, ist es möglich, die Division und auch, wenn sie möglich war, welchen Wert hat sie. Also, NebTuppels erlauben uns mehrere Werte als Rückgabe einer Funktion. Das ist sonst nur mit Out-Parameter möglich. Aber das ist noch lang nicht alles. Und zwar können wir diese NebTuppel, das Ergebnis, das wir hier haben, nicht nur in einer einzelnen Variable haben, sondern wir können das auch gleich dekonstruieren, sozusagen. Das heißt, wir können sagen, okay, WResult, ich hätte es gerne in zwei Variablen, bitte. Ja, oder Res, BoolSuccess ist gleich die Wahrheit 3,5 und 4. Ja, und jetzt passiert Folgendes. Das Ergebnis wird automatisch der erste Wert vom Ergebnis in die erste Variable, der zweite Wert in die zweite Variable geschrieben. Das heißt, das ist ungefähr oder sogar genau das Gleiche, als würde ich es in einer Variable hier mir merken und anschließend sagen, okay, ich hätte bitte gern folgendes. Ich hätte gern ein DoubleRes ist gleich FuncResult.Result. Und BoolSuccess ist gleich FuncResult.Possible. Ja, war es überhaupt möglich? Und ich brauche mir diese sozusagen nicht hier drei Schritte machen, sondern ich kann es auch den Compiler automatisch auflösen lassen. Ja, ja, unterstreicht das natürlich, weil ich den Namen nicht doppelt vergeben darf. Also auch nicht nur, dass wir das hier so haben, sondern auch automatisch dekonstruieren können wir. Ja, eine kleine Seitennote, was ebenfalls geht, ist Folgendes. Wenn ich hier einen Datentyp angeben will, dann kann ich auch hier sagen, okay, DoubleResult, BoolPossible. Ja, ich kann das sozusagen statt wahr auch diesen langen Datentyp wieder ausschreiben. Das geht natürlich und dann habe ich hier ebenfalls Result und Possible. Ich kann auch Possible hinschreiben. Dann habe ich hier natürlich nur Possible. Das heißt, diese Namen, die müssen nicht übereinstimmen, die Datentypen und die Reihenfolge der Datentypen selbstverständlich. Die Konsequenz ist, wenn ich das ganz weglasse, das hier, dann ist es wieder wie früher. Sie heißen einfach Item 1 und Item 2. Das ist nicht sehr toll. Das ist nicht aussagekräftig. Das sollten wir tunlichst vermeiden. Und deswegen besser hier Namen oder einfach das Wahr angeben. So, ich mache hier nur kurz Possible und Result wieder hin. Ja, Possible und Result, damit der Compiler kompiliert. So. Das heißt aber auch, wir können auch hier die Namen in Wahrheit weglassen. Aber wir können hier auch sagen, okay, ich gebe ein Double und ein Possible oder ein Bull zurück. Ja, auch hier kann ich nur die Datentypen haben. Dann nimmt er wieder den ersten und gibt es in den ersten und gibt ihn aus diesen Namen frei. Den zweiten und gibt ihn aus diesen Namen frei. Aber auch hier würde ich empfehlen, wenn ich Tupel verwende, bitte auch hier Namen vergeben. Denn wenn ich das hier wieder weglasse und hier einfach wahr mache, dann habe ich wieder das Problem, dass hier einfach Item 1 und Item 2 heißen, wie man hier sieht. Und das ist einfach nicht toll. Sprechende Namen sind schwierig zu finden, aber die eine Minute überlegen, das ist gut investierte Zeit. Also nicht so. So, Number 1 und Number 2, das ist einfach keine gute Idee, keine guten Namen. Also wir können die Variablen auf jeden Fall weglassen. Neben Tupel sagen eigentlich immer nur Datentypen in eine Klammer gefasst, auch die Rückgabewerte in eine Klammer gefasst. Die runde Klammer macht einen Datentyp daraus. Und wenn ich Namen vergeben, ist das, Namen vergebe, dann ist das gut. Wenn ich keine Namen vergeben, dann ist das immer wieder Item 1 und Item 2. Aber das ist noch nicht alles. Wir können weitere Sachen machen. Und zwar könnten wir, weil wir lustig sind, wie gesagt, auch Erase oder Ähnliches anlegen. Wir können aber auch, ja, Fancy Function machen. Und die bekommt String Name oder die bekommt übergeben ein Ent-Number-String-Name als Tupel. Das wäre mein Student und ein, was weiß ich, Entgrade. Ja, das wirkt jetzt sehr schräg. Warum wirkt das schräg? Irgendwie ist das wieder geklammert und solche Sachen. Also das ist auch nichts anderes wie ein Tupel. Das ist der Datentyp. So heißt er. Und der Datentyp besteht aus einem Integer mit Number und einem String mit Name. Fertig. Das ist ein Parameter. Das hier ist der zweite Parameter. Ja, was kann ich mit der Funktion machen? Ich kann sie natürlich aufrufen. Ich kann hier sagen, Fancy Function mit My Student würde gehen. Wenn My Student dieser Signatur entspricht, er hat einen Name und einen Int und einen String und dann ein Grade. Ja, das funktioniert. Ich kann aber genauso sagen, okay, Fancy Function, bitte 3 und Susi und das wäre mein Student und eine 2 wäre die Grade. Ja, auch das geht. Ich kann mir den on the fly zusammenbauen, so wie ich auch hier eine 2 übergeben kann oder sagen, Okay, My Student und Number, wie so auch immer. Einfach nur einen Int. Das ist das, was die Funktion erwartet. Also, wirklich, ich kann solche Tupel als ganz normalen Datentyp verwenden. Ganz normal. Alles gut. Noch nicht alles. Jetzt kommt was Cooles. Jetzt kommt die Swap-Funktion. Einfacher geht's. Kaum oder nicht. So, für das Beispiel der Swap-Funktion, die ihr alle bestimmt schon einmal irgendwo programmiert habt. Denn das ist so das Standardbeispiel, warum wir Re verwenden, also das Q-Seiname-Feature, das wir in einem anderen Video bereits hatten, aber das kann auch noch mehr, dieses Re-Feature. Aber okay. Also, Swap wird ja normalerweise so implementiert. Ich habe zwei Variablen, ich nehme mal einfach zwei W-Werte, W-X ist gleich, oder Int-X, so, Int-X ist gleich 21, Int-Y ist gleich 42. So, und jetzt möchte ich eine Swap-Funktion haben, wo die Inhalte von X und Y getauscht werden. Static-Void-Swap, und hier brauchen wir natürlich Int-X und Int-Y übergeben, Int-Y, oder die zwei Variablen, die wir halt, wie wir sie benennen wollen, die müssen ja nicht gleich heißen, A und B. Und damit der Inhalt in der Funktion getauscht werden kann und auch draußen neu ist, können wir machen Rev-Int-A und Rev-Int-B. Oder müssen wir machen. So, und normalerweise schaut die Swap-Funktion jetzt so aus, wie tauschen wir den Inhalt zwei Gläser, wir brauchen ein drittes Glas, Int-Temp ist gleich A, A ist gleich B, B ist gleich Temp. Das ist so die Standard-Implementierung und der Aufruf naheliegend Rev-X und Rev-Y. So, ein Beispiel, das alle bestimmt kennen. Wie kann man jetzt Swap noch implementieren? Und mit Tuppels geht hier echt viel cooles Zeug. Also, ich nenne es mal Rev-2, äh, Swap-2. Rev-Int-A, Rev-Int-B bleibt natürlich gleich. Nur die Implementierung sieht jetzt sehr viel einfacher aus. Ich kann jetzt sagen, okay, bitte gib mir A und B in ein Tuppel. Und übrigens möchte ich, dass diese folgende Werte haben, und zwar B und A. Also getauscht, die Inhalte getauscht. Ich spare mir sozusagen, über den Umweg, über das Tuppel, spare ich mir die temporäre Variable. Das funktioniert. Probiert es aus, schreibt es in den Kommentaren. Wenn es nicht geht und wer es nicht geglaubt hat, probiert es aus und schreibt dann in die Kommentare rein, so, ich habe es nicht geglaubt, ich habe es ausprobiert. Es geht wirklich. Ja, also, Teichern, die Lambda-Expression, nimm A und B, die Variablen, die hier kommen, schmeiß sie in einen Tuppel rein und dann dieses Tuppel bekommt den Wert, sozusagen A und B einfach getauscht. Das ist doch mal cool, oder? Ja, also so Tuppels, die können was. So, jetzt mal ein kurzes Beispielchen, was wir mit Tuppels noch alles machen können. Und wer Klassen schon mal gemacht hat oder kennt, der sagt, coole Sache. Wer Klassen noch nicht kennt, Klassen sind im Endeffekt die Weiterentwicklung von Tuppels oder die waren eigentlich vorher da, aber da kann man noch mehr reingeben. Ich mache es mal in, hier rein, ich mache mal einen eigenen Datentyp ClassPoint. Und dieser ClassPoint, der Punkt, besteht aus einem public-end-x-get-set und einem public-end-y-get-set. So, was kann dieses Tuppel jetzt? Das Tuppel kann jetzt sagen, okay, ich brauche einen Konstruktor oder ich möchte gerne einen haben, einen public-point, bekommt ein end-x-übergeben und ein end-y. Und ich kann jetzt zum Beispiel den Konstruktor so implementieren. Normalerweise schaut es immer so aus. Okay, das Punkt x ist gleich x und das Punkt y ist gleich y. Das kann ich natürlich weglassen, ist mir schon klar. So, je länger die Parameterliste, umso mehr steht hier drin. Immer diese Wertzuweisung. Wir kommen um die Wertzuweisung zwar nicht herum, aber wir können sie ein bisschen kürzer machen. Wir können sagen, okay, x und y, so, wir können sagen, x und y gibt es mir bitte in einen Tuppel und das bekommt den Wert von x und y. Also, diese zwei in einen Tuppel gepackt, das sind die ersten zwei und die bekommen diesen Wert. Der erste Wert in den ersten, der zweite Wert in den zweiten. Prima. Das ist doch mal kürzer. Das zweite, was wir machen, ist, wir können hier natürlich hier das Wort machen. Wir wollen diesen sozusagen um die Diagonale tauschen. Wir wollen x und y vertauschen. Wir können sagen, okay, x und y wird jetzt zu y und x. Wir haben den Punkt gespiegelt um die 45 Grad Achse. Wir wollen wissen, ob zwei Punkte gleich sind. Wir wollen wissen, ob zwei Punkte gleich sind. Dazu machen wir eine Funktion. Die liefert bool. r equal. Bekommt einen Point p2 übergeben. Und das ist jetzt natürlich so, dass ich sage, okay, ich müsste jetzt auf null prüfen. Oder machen wir mal, okay, if p2 gleich gleich null, return false. Ja, und wie vergleichen wir? Wir vergleichen so, dass wir sagen, okay, x muss gleich sein p2.x und y muss gleich sein p2.y. Ja, ist irgendwie logisch, oder? Weil es muss gleich sein. Wenn sie gleich sind, ist es okay. Was könnten wir jetzt noch machen? Wie würden wir das mit Tupel vereinfachen? Gut, so. x, y, gleich gleich, p2.x, p2.y. Was wir uns hier sparen, ist folgendes. Wir sparen uns diese Und-oder-Überlegungen die ganze Zeit. Ja, das ist ein etwas intuitiverer Ansatz, weil er komponentenweise intuitiver, aus meiner Sicht intuitiver vergleicht. Also, wieder mal eine tolle Sache, wo sich doch einiges verkürzt und vereinfacht mit dieser Tuplerei. So, und wer jetzt noch kein Fan von Tuplers ist, für den habe ich noch etwas. Und zwar, ich würde gerne folgendes machen. Ich würde gerne hier einen Point haben, Point, my Point, is new Point, und dieser mit der Koordinate 2 und 3 zum Beispiel. So, und jetzt muss ich diese sozusagen dekonstruieren. Wo ich sage, okay, ich hätte jetzt bitte gerne ein int x ist gleich my Point, Punkt x, und ich hätte gerne ein int y ist gleich my Point, Punkt y. Und, ja, wer hätte erst gedacht, auch hierfür gibt es eine Möglichkeit, das einfacher zu machen mit Tuplers. Und zwar hätte ich gerne bitte int x, y, int y ist gleich my Point. Ich hätte gerne einfach so eine Zuweisung, wo er mir sozusagen diesen Punkt dekonstruiert auf ein Tupl. Ja, und natürlich, das geht. Ich mache hier denn eine Funktion, public void deconstruct, die muss so heißen, und jede Out-Variable, die wir jetzt haben, wird zum dekonstruieren verwendet. Also, wenn ich sage, ich will erst die x-Koordinate raus übergeben, die muss jetzt rauskommen, dann brauche ich eine Out, Out-Int-X und ein Out-Int-Y. Ja, und dann kann ich natürlich wieder sagen, Tuplers verwenden, x, y ist gleich x, y. Die ganzen alten klassischen C-Sharp-Programmierer, ja, die vermissen vielleicht ein paar geschwungenen Klammern und ein paar explizite Zuweisungen, aber, geht mir doch recht, das ist kürzer, und wenn man es gewohnt ist, das ist wie Link, ja. Link war zu Beginn für alle schräg mit den Lambda-Expressions, und jetzt wünscht sich jeder nichts anderes mehr, und das ist ein Feature, das so ähnlich ist, vom Gefühl her. Also, ich nehme x, das ist die Out-Variable, da kommt das x rein, und das y kommt dann in die y rein, geht hier raus und wird hier entsprechend dekonstruiert. Die x-Variable hat jetzt die Eigenschaft x, die y-Variable hat die Eigenschaft y, und ich kann es einfach mit einem ist gleich zuweisen. Diese Zuweisung führt zu dem Deconstruct. Das ist cool. Wenn ich mehrere Werte habe, habe ich mehrere Out-Parameter. Und was auch cool ist, ja, ich nenne ihn liebevoll, denn, leck mich am Arsch, Operator, Entschuldigung, in der Ausdrucksweise sagen wir, ich kümmere mich nicht darum, lass mich einfach und schmeiße ihn in den Papierkopf aus, ähnlich. Und zwar, wenn ich jetzt nur eine Koordinate brauchen würde, kann ich sagen, okay, ich hätte gern n, x, 2, hätte ich gern, ich hätte gern die x-Koordinate, die y-Koordinate, ist mir egal. Underscore. Ist gleich my point. Jeder Underscore in so Tupelangaben ist so mir egal. Ja, ist etwas netter ausgedrückt. Das ist der mir egal Operator. Hätte ich gern nur den y und der x ist mir egal, kann ich sagen, okay, y, der ist mir egal. Ich hätte bitte gern nur das y. Ja, y, 2. Ich hätte bitte gern nur das y. und dadurch reserviert er auch keinen Speicher, gibt es nicht zurück und alles ist toll. So, das war der Ausflug in Tupels. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren, ein Like und die Klingel zu drücken. Wenn euch noch ein Szenario einfällt, wo Tupels noch cool sind und was mit denen noch alles geht, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare, ich bin gespannt darauf. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.